Äh, warte, warte, warte. Ich muss mal. Das war jetzt so. Das war jetzt ein bisschen doof. So. Wir müssen mal verreisen. Warum ich hier immer lange drücken muss, weiß ich auch nicht. Ich nehme Ellie mit. Die ist ja von hier. Würde ich sagen. Ich kann auch Sam mitnehmen. Den habe ich noch nie mitgenommen, ne? Meine Crew ist vollständig. So. Nein, ich will da nicht zu dem Kontakt. Mensch, habe ich das denn nicht ausgewählt? Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Na? War ja klar. Kann die nie abnehmen. Nie. 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 Ich bin fast 29. Ich glaube, bis 30 geht es auch nur. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir jetzt spieltechnisch irgendwie hier sind, aber gefallen tut es mir hier nicht so gut. Und da gibt es Orte, die viel schöner sind. Na ja, und mit dem Verhungern, ich erinnere nur an die ersten Aufnahmen. Zumindest bei YouTube kann man das denn sehen. So. Jetzt werden wir uns mal umstaffieren. Ich muss den Helm aufsetzen und das hier. Oh, wie grotesk. Oh, wie grotesk. Ich habe immer gesperrt, dass die Dramas keine Justiz für die realen Marauder haben. Der Armour ist so viel mehr hideouser in person. Jetzt habe ich Plünderer erledigt. Plünderer habe ich erledigt. Dürftiger Niedrigdruckanzug. Aufbereiteter Niedrück-Dingshelm. Ach, das ist schön, dass du das machst. Also, dass du Hogwarts sagst. Vielseitiges Outfit brauche ich. Aha. Das habe ich jetzt wieder nicht, ne? Körperpanzer, Niedrigdruckanzug. Standard. Landwirte. Körperpanzer. Taktische Schutzausrüstung. Ja, da habe ich denn ein kleines Problem, ne? Das hatte ich an und das hatte ich an. Wir brauchen... Wo kriegt man das her? Wir brauchen vielseitiges Outfit. Da hatte ich mich verguckt. Hätte ich das gewusst. Da gucken, vielleicht sind hier ja auch Automaten. Vielleicht kriegt man ja hier was. Hier. Klamotten. Gar nichts. Da drüben sind aber auch noch welche. Dann können wir hier mal gucken. Klamotten. Äh, die haben nur den ollen Panzer. Nichts. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Hier liegen Flaschen rum. Das ist unordentlich. Kann man bei ihr vielleicht... Die hat ja auch... Man kann ja auch handeln. Vielleicht muss ich ja gar nicht so weit weglaufen. Ein vielseitiges Outfit. Ja, die hat natürlich sowas nicht. Messgewand. Hm. Rüstung. Die ist gar nicht so teuer, ne? Ausweichen. Ausweichen leicht. Ja, toll. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Ich will das zu Ende haben. Sag mal. Also muss ich wieder reisen. Oh, das ist so... So unangenehm. Das Reisen meine ich. Dass ich jetzt hier mal reisen muss. Vielleicht kriegen wir auf der Grauenbräge ja die nötige Kleidung. Wir können ja erst mal hier an den Automaten schauen. Ansonsten muss ich hier mal rumlaufen und gucken, ob ich das hier irgendwo gekauft kriege. Hast du Klamotten? Ah, Aramid Ballistics. Hast du Klamotten? Gehen wir mal zum anderen Mond. Ich will jetzt keine... Ich will jetzt keine... Ich will kaufen. Es ist warm. Hm. Na, endlich. Oh, Leute. Was ist das? Mechaniker-Overalls. Toll. Und... Geh weg. Geh doch mal hier weg. Stellen sie sich hier alle im Weg. Haben wir hier noch irgendwo einen Laden? Wie kriegt man Klamotten? Wie kriegt man Klamotten? Ich schwöre, ich habe die Hälfte aufgewandelt. Ellie. Nicht in Ordnung, aber es ist schon lange. Wie ist das Whisper-Muzzle für dich? Ich habe es verkauft. Es scheint mir nicht zu kalt machen. Das Mod war für deine Schäden, nicht für deine smarten Mälte. Willst du meine Schäden zerbrechen? Mach es über Drinks, nächste Mal, ich bin auf Station. Please don't mind her. Everything I sell works as advertised. Some people just like to sass me, because I don't buy back. Ja, wo soll ich denn das jetzt kaufen? Ist doch doof. Hier kriege ich auch nichts mehr. Da oben ist noch einer. Das sieht nach Klamotten aus. Sie sehen, wie jemand, der ihre Schäden zerbrechen und schäuert hat. Sie braucht ein bisschen Armour. Vielleicht ist es ein bisschen zweitens, aber das ist nur ein Testung für ihre Stabilität. Wir haben auch eine Linie mit... Die quatschen mir alle zu viel. So, dann wollen wir mal gucken. Taktischer Körperpanzer. Crewbekleidung. Wasserabweisende Schussausrüstung. Tagesoutfit. Arbeitsweste. Arbeitsbekleidung. Straßenbekleidung. Das sind alles Panzer. Ports of Call. Spacer Choice. Arbeitskleidung. Nein, ich brauche... Kleidung. Führungsfertigkeiten. Leichtes Beter ist ja Alltagskleidung. Aha. Das sieht doch schon mal gut aus. Crewbekleidung. In der Hoffnung, dass das klappt. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch was auf die Rübe. Ein Niedrigdruckhelm. Ich glaube, einen Niedrigdruckhelm habe ich. Bergbauhelm. Leichter Spacerhelm. Offenes Visier. Der kostet nicht viel, ne? 3,8. Geben wir das Risiko ein, ne? Mehr kann ich ja hier nicht machen. So. Das mit den ewigen Schnellreisen ist doof. Aber geht nun mal nicht anders. Wir müssen das hinkriegen. Es besteht die Pflicht zur Erfüllung dieser Nebenaufgaben, bevor wir weiterspielen. So. Raus. Die beiden wieder, ne? Klack. So. Und dann müssen wir... Boah. Wollte schon sagen, jetzt dauert es aber, ne? Kann man hier auch ne Schnellreise machen? Dann brauche ich nicht laufen. Ja, jeder Gang macht schlagen. Aber ich liebe meine tonnenhafte Figur. Oh Mann. So. Rein hier. Umziehen. Vor versammelter Mannschaft. Die Conclusten. Das ist eine Space-Sair-Dings. Und den komischen Helm. So, jetzt haben wir das erledigt. Und mein Herz ist alles ein Flutter. Ja, das ist es. Ich habe es. Ich weiß genau, was wir tun. Brace yourself, mein Lieber. Wir werden diesen Style... ... ... ... ... ... Monster-Lieder. Monster-Lieder. Eine Part Mantequeen Chiton. Three Parts Hide from a Raptadon's Flank. Und, let's say... Oh. Eight Strips of Primal Leather. No. Make a ten. We're revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. Mhm. My dear, I have the highest confidence in you. Jetzt müssen wir hier wieder weg. Warte mal. Warte mal. Tagebuch. Emeraldville. Monark. Monark. Oh. Don't worry. Mh. Sammeln wir erstmal die Dinge. Und die Bumme. Da ist sie. Monark. Ja, ach, ich will den. We are in orbit over Cascade. Vielleicht habe ich das auch immer alles verkloppt. Aber eigentlich müsste ich alles haben. Meiner Meinung nach. Ich nehme aber anstatt Ellie, nehme ich die New Yorker mit. Mal gucken, ob wir denn jetzt hier wenigstens Markierungen haben für die Gebiete. Nö. Jetzt soll ich hier dumm rumlaufen. Ernsthaft? Ernsthaft? Was ist denn das? Ach hier, das sieht man doch nicht. Oh, das ist ja blöd. Was für eine doofe Mission. Was ist denn das? Ernsthaft? Dann macht es doch wenigstens, dass man das sehen kann hier. Sammle Chitin einer Mantakönigin. Und Raptiloiden-Dings da. Emeraldville. Wo war das jetzt wieder? Hallo Vogel, sag es mir. Jetzt sind hier noch nicht mal Viecher. Ach, da hinten sind welche. Oh, der zwitschert aber laut, ne? Hört man das? So. Toll. Toll. Aha, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir Raptidon-Flankenhäute. Oh Gott. Die gibt es auch hier? Warte mal, ich gucke noch mal lieber. Drei Stück Raptidon-Flankenhaut. Raptidon! Lauf nicht davon. Ich brauche mal deine Flankenhaut. Ah! Warst du allein? Warum hat der ein... Warum hat der ein Gewehr? Ich habe nichts gefunden. Cool. Das macht Spaß, wenn man denn hier rumläuft und man findet nichts. Und dann geht hier mehr Text an und dann denke ich, hier ist doch was. Oh, ihr wisst doch mir, ja? Hallo! Ja, das hört auch wieder auf. Ach, ich hab alles. Aha. Jetzt brauch ich... Wo ist denn Emerald Veal? Wo finden wir Emerald Veal? Um Emerald Veal. Hm, Karte? Das ist doch nicht hier, ne? Cascadia, einsame Kreuzung, Devil's Peak, gesprengte Brücke. Ich glaube, das ist woanders. Hm. Ja, hier. Wir kriegen das aber gleich raus. So. Wo wir hier hin müssen. Skylar. Stimmt, da gibt es Druck los. Destination reached. Filla. Was war das jetzt? Ah. So. Ein Automat ist hier nicht, ne? Ein Automat. Wo man was verkloppen kann. Druck los, wo seid ihr? Ich brauche eure Leiber. Zum Ausschlachten. Nein. Da. Das sieht aber nach Roboter aus. Ich muss jetzt mit Plasma-Waffe schießen. Ich muss die Plasma-Waffe hier verbessern. Danke. Alles klar.